Ich muss sicher hier noch irgendwie geschockt werden. Komm, lauf nochmal in die Barriere rein. Ja. Ja, wir lieben dunkel. Hallo, Bubba. Ein Stuhl. Ah, nee, jetzt liegt da wieder ein Stuhl. Nein, ich glaub's nicht. Lag der schon immer da? Sag mir, dass er vorher auch schon da lag. Der lag bestimmt schon vorher da. Okay. Irgendwas haben wir noch übersehen. Altes Taschentuch. Kann ich das zermörseln? Nö. Nö. Oh, Anna will das nicht. Eine Vase. Ah, vielleicht können wir die Blume. Vielleicht haben wir so eine Medizin damit. So, so, nö. Vielleicht schneiden wir ein Stück davon ab. Okay, das ist aber auch Vase hier. Oder ist das schlecht übersetzt? Mit ein paar... Merkwürdigerweise sind sie nicht in der Dunkelheit verwelkt. Hmm, können wir... Können wir... ...was damit tun? Nee. Ich hab auch keine Tipps mehr oder so. Ich tappe jetzt total im Dunkeln. Davor gab's ja noch diese Inschrift. Brennen. Nein. Guck mal, ob mein Handy funktioniert. Es hat kein Netz. Besser so. Ja, okay. Wir sind immer noch... ...Misantrop. War das Misanthrop nicht menschenfeindlich, oder? Ach, ich weiß nicht mehr. Muss ich später mal nachgucken. So. Ja. Hm. Und jetzt? Wird. Okay. Schauen wir noch mal. Aber echt. Jetzt haben wir diese Tür geöffnet und... Äh. Das funktioniert nicht mehr. Das muss funktionieren. Ja. Werkzeug. Äh. Okay. Das funktioniert wirklich nicht mehr. Hm. Hm. Was ist das bitte? Hm. Hm. Kein Plan. Leute, kein Plan. Steht vielleicht irgendwas noch an den Notizen? Ich glaub zwar nicht mehr. Okay. Dunkle Barriere. Okay, probieren wir mal was mit der dunklen Barriere. Ah. Vielleicht kann ich das Messer wieder anziehen. So. Jetzt hab ich hier ein Schwert. Pass auf. Weibliche Kleiderwuppe. Ring. Ich halte mein Messer dahin. Nix. Doof. Kann ich damit vielleicht die Pflanze abschneiden? Nein. Kann ich damit hier? Nö. Und nu? Und nu? Keine Ahnung. Ich hab hier schon fast alles ausprobiert. Oh nein. Ich hab hier schon alles ausprobiert. Ich kann nur noch mal hier rein. Ja. Yay. Wenn wir nicht wissen, was wir tun, spielen wir am Schraubsturm. Yay. Okay, das klingt jetzt noch zweideutig. Äh, ja. Nö, 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 nö. Ich bin kein Experte. Ne? Fragt mich nicht. Nö, 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 nö. Okay, sagen wir mal so. Wir haben jetzt einen Mörser gekriegt. Schublade. Aber was sollen wir mit dem Mörser machen? Ich weiß es nicht. Ey. Was war das? Mö. Okay. Alte Wasserstrahlsäge. Damit können wir auch nichts machen. Oh. Oh, nee. Das ist hier nur Licht. Schön in Szene gesetzt. Ich klappere mal ein bisschen rum. Bretter. Bretter werfen. Yay. Ich polter hier auch mal rum. Anna, hörst du das? Bam. Bäh. Bam. Zerbrochener Tisch. Ja. Ja, solange wie ich hier drin bin, bin ich bestimmt schon verhungert. Ist das doof. Es ist einfach doof. Mit dem Ufenrohr kann ich auch nichts machen. Soll ich mich einfach mal verräuchern und sterben? Warte, ich speichere es mal ab. Ich weiß nicht, ob das geht, aber... Speichern nicht, dass ich irgendwie jetzt sterbe. Okay. Machen wir Feuer! Äh... Langweilig. Aronblatt. Nö. Vielleicht kann ich Wurzeln mörsern. Stöße. Nein, ich kann nichts mörsern. Ich muss etwas hineintun, um es zu zermalen. Aber wir haben nichts. Ich muss mal die Wurzeln erst mal trocknen. Ich muss den Herrn erst reparieren. Nö, 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 nö. Aber ich weiß nicht wie. Keine Ahnung. Mörsern wir ihn. Äh. Okay. Also, jetzt bin ich überfragt. Voller Staub und Rauch. Ja. Hm. Wedeln wir ihn weg mit den Wurzeln. Nö. Ich weiß nicht, was ich mit Staub und Rauch machen soll. Gibt's hier vielleicht noch was? Auf dem Boden. Oh Gott. Ey. Hör auf! Anna? Finde ich nicht nett. Wir waren doch mal zusammen. Und jetzt das. Öllampe! Eine alte Lampe. Sie sieht nicht sehr mitgenommen aus. Aber ohne Öl kann ich sie nicht anzüten. Ah, scheiße. Ich brauche Öl. Wo kriege ich Öl her? Ich muss etwas zerreiben. Aber was? Was zerreiben wir denn, damit wir Öl bekommen? Wurzeln. Nee, ich habe kein Öl. Mann. Ich brauche Öl. Gib mir mal Öl. Okay. Ey, wo könnte ich Öl herkriegen? Ich bezweifle, dass das jetzt geht. Ich brauche Öl. Wie bekommen wir Öl? Vielleicht müssen wir das... Vorhängeschloss. Habe ich irgendwas Neues gekriegt? Nö. Vielleicht kann man das mit dem Ritualmesser öffnen. Ah, ja. Nö. Nö. Nö, will er nicht. Vielleicht ist da drin aber Öl. Weiß nicht. Öl. Ist in meinem Feuerzeug nicht Öl drin? Nein, Benzin, ne? Keine Ahnung. Benzinfeuerzeug, oder? Egal, wir probieren das. Die Lampe ist leer. Ich muss etwas finden, um sie aufzufüllen. Ja, hier Wasser. Keine Ahnung. Nee. Gut, dann ist das wahrscheinlich der nächste Schritt. Und dann geht's auch in der nächsten Folge weiter mit... Let's play Anna.